Achtung, Blau-Weiß-Fans! Wir haben bombastische Neuigkeiten über unser Idol Gerald Asamoah. Der ehemalige Stürmer, der in 279 Spielen für Schalke 44 Tore erzielte, könnte den Verein verlassen. Sind Sie Fan von Schalke 04? Möchten Sie über alles, was mit Ihrer Lieblingsmannschaft passiert, auf dem Laufenden bleiben? Verschwenden Sie also keine Zeit und abonnieren Sie den YouTube-Kanal der Schalke 04 Nachrichten, erhalten Sie als erste aktuelle Nachrichten und aktivieren Sie die Glocke, um die neuesten Nachrichten aus erster Hand zu erhalten. Richtig, Esa, wie er von den Fans liebevoll genannt wird, weiß nicht, ob er nach Vertragsende auf Schalke weitermachen wird. Er sagte Reportern, er warte auf ein Gespräch mit dem Vorstand, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten. Ist er mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden? Wir erinnern daran, dass Asamoah Schalkes Leiter der Lizenzierung ist, eine Position, die sich um die bürokratischen und administrativen Angelegenheiten des Vereins kümmert. Doch mit der Ankunft von Marc Wilmos, dem ehemaligen Helden der EM 1997, als neuer Sportdirektor scheint es, dass für Esa im Management von Schalke kein Platz mehr ist. Die Bild-Zeitung meinte sogar, es sei überflüssig. Hallo, Schalke 04-Fans! Wenn Sie gerne die neuesten Nachrichten über unser Team verfolgen, vergessen Sie nicht, dem YouTube-Kanal der Schalke 04 Nachrichten zu leaken. So bleiben Sie über alles, was in der Welt von Schalke 04 passiert, auf dem Laufenden, von hinter den Kulissen bis zu den Spielen. Also verschwenden Sie keine Zeit und hinterlassen Sie gleich jetzt Ihr Like. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Fortsetzung! Und was wird nun aus unserem Champion? Laut einigen Pressestellen möchte Asamoah eine Karriere als Sportdirektor bei einem anderen Team anstreben. Er denkt sogar darüber nach, in die drittens Liga des deutschen Fußballs zu gehen, wo er mehr Autonomie und Herausforderungen haben könnte. Wird er Schalke wirklich verlassen, den Verein, den er elf Jahre lang verteidigt hat und den er so sehr liebt? Und du, Fan, was denkst du über diese Situation? Möchten Sie, dass Asamoah auf Schalke bleibt, oder möchten Sie, dass er nach neuen Horizonten sucht? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und bleiben Sie gespannt auf die nächsten Neuigkeiten, denn ich werde Ihnen jederzeit die neuesten Updates zur Zukunft unseres Idols bringen.